So, hier haben wir jetzt den M2 Carbine, also sozusagen die Sturmgewehrversion oder die Maschinenkarabinerversion vom M1 Carbine und damit ein relativ leichtes Gewehr, was eigentlich schon ein eigenes Video hat, weswegen ich mich jetzt eigentlich kurz halten wollte. Obwohl es ist eigentlich nicht klar, ob es ein Sturmgewehr ist, denn laut manchen Quellen gehört zu den Bedingungen ein Sturmgewehr zu sein, die effektive Bekämpfung von Gegnern auf 300 Meter und das schafft dieses Ding hier nicht mehr so ganz gut, obwohl sich das Visier hier auch fast auf 300 Meter einstellen lässt, aber gucken wir mal. Ja, der Rückstoß! Oh, die haben den Rückstoß geändert. Der Rückstoß ist jetzt weniger. Haben die scheinbar auf die Fans gehört. Der ist sehr wenig, der ist sehr angenehm. Ja, das ist ein richtiger M1 Carbine-Rückstoß. Ist noch ein bisschen viel, aber wir spielen hier ja einen relativ kleinen südvietnamesischen Soldaten. Übrigens, die Geschichte des M16 geht teilweise auch so, ja, ich weiche schon wieder ab, dass halt die US-Streitkräfte wollten eigentlich die südvietnamesische Armee, da die ganzen alten Zweitweltkriegswaffen austauschen und denen eigentlich auch M14-Gewehre geben, aber es hat sich herausgestellt, dass die M14-Gewehre einen zu hohen Rückstoß hatten für die südvietnamesische Armee und deswegen haben sich die Amerikaner überlegt, ob die vielleicht nicht was Besseres haben und das M16 ist unter anderem auch deswegen eingeführt worden, weil man geplant hat, die südvietnamesische Armee damit auszustatten. Am Ende hat man dann aber gesehen, dass das M16 auch für große europäischstämmige Amerikanenschutzsoldaten auch super ist und deswegen hat man erstmal die Amerikaner mit M16-Gewehren ausgerüstet und die Südvietnamesen hatten teilweise bis zum Schluss nur Zweitweltkriegsequipment. Aber gucken wir uns mal den Dauerfeuermodus hier an. Gucken wir mal, ob wir den jetzt auch mal ein bisschen besser halten können. Ja, ich würde sagen, drei Kugeln. Drei Kugeln kann man auf eine kleine Entfernung gut ins Ziel bringen. Wird da korrekt nachgeladen und man sieht jetzt auch die Kugeln im Magazin. Die Kugeln sind relativ interessant, ich gucke mal, ob wir die jetzt nochmal sehen können. Und zwar sind das eigentlich gar keine... Achso, genau, wir sind hier natürlich nicht in Countstrike, deswegen wird halt der Verschluss nicht bedient, wenn wir das Ding nicht leergeschossen haben. Die Kugel, die hier drin ist, nennt sich Serti Carbine. Die sollte man allerdings nicht mit SertiO6 verwechseln, das ist die Gewehrkugel. Die Kugel Serti Carbine ist... Ich muss mal kurz in der Tabelle suchen. Waren wir sie? Die ist relativ weit oben. Ah, Serti Carbine. Metrisch 762 x 33 und damit relativ kurz. Es ist eigentlich vom Design her eine langgezogene Pistolenpartone, was man auch sieht, wenn ich jetzt nochmal nachlade. Und auch ein Dauerfeuer lässt sich das eigentlich ganz gut halten. So, jetzt kann man das wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Jetzt drauf achten. Ja, die hat nämlich keinen Flaschenhals, sie ist nämlich eine langgezogene Pistolenpatrone. Vielleicht blende ich hier auch ein Bild ein, wenn ich noch eins rumfliegen habe. Aber, dann würde ich sagen, dann war es das zu der Waffe. Ich schätze ein, dass das hier wohl demnächst für die Fraktion meine absolute Lieblingswaffe wird, wenn man es jetzt beim ganz normalen Soldaten spielen kann. Ist auch eine interessante Mischung, das beides zu haben. Also M1 Garanten und M1 Carbine. Dann haben die einen, machen halt die präzisen Einzelschüsse und die anderen machen halt das Dauerfeuer. Wie blöd. Aber, kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Gewehr wieder. Beziehungsweise nicht Gewehr, sondern eigentlich bei einer Maschinenpistole. Und zwar bei der Thompson M1A1 Joint Game. Sollte auch bekannt sein, Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg. War den Amerikanern allerdings irgendwann zu teuer. Und deswegen sind die Amerikaner eher hergegangen und haben dann eher das M2 Grease Gun QC genommen. Und haben dann später die alten Thompsons, die relativ schwer waren auch, an die südvietnamesische Armee gegeben. Hier haben wir das Visier. Ah, okay, wir gucken durch das Loch. Ach, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir durch das Loch gucken. Oder über diese, ich glaube, Kampkimmel nennt man das. Ich habe das letztens gelesen. Es gibt so Visiere, die haben dann oben nochmal, ja, das seht ihr hier, oben nochmal so eine Kimme im eigentlichen Visier. Ich glaube, Kampkimmel war der richtige Begriff, obwohl das Buch, in dem ich das gelesen habe, auch nicht so zuverlässig ist. Aber, oder, oder, Top, Kampkimmel, egal. Gucken wir uns mal die Dauerfallstabilität an. Die dürfte nämlich relativ gering sein, weil das ist hier, da ist wirklich eine relativ massive Patrone drin. Und zwar 45 ACP und die Thomson M1 A1 schießt schneller als das Grease Gun QC. Mal gucken. Okay, es steht auf Einzelschuss. Es ist nämlich, okay, die lässt sich natürlich in Einzelschuss relativ präzise, relativ gut triggern. Das ist auch so einer der größten Unterschiede, denn das Grease Gun QC, das hat ja keinen Einzelschuss. So, Verschluss zurückgezogen, neues Magazin rein. Dauert ein bisschen lange, bis das aus der Ausrüstung gekramt ist. Okay, X. Und, gucken. Oh, es ist aber... Okay, die ersten paar Schüsse. Die ersten fünf Schüsse lassen sich aber eigentlich ganz gut im Ziel halten. Auch auf eine relativ große Entfernung. Also, wenn das der Fall ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die Thomson relativ stark... Dass die Thomson relativ stark wird. Mach sie ihn rein. Cooles Teil. Freue ich mich drauf, das zu benutzen. Und leer geschossen. Und, ja, wie immer kleiner Cut. Und wir sehen uns wieder im Ausbildmenü wieder. So, Thomson hatten wir. Zeit zum Machine Gunner. Und hier gucke ich mir als erstes mal am besten die Bar an. So. Ah ja. Es ist natürlich die Bar mit zwei Beinen. Und zwar die Bar A2. Ist eine relativ interessante Geschichte. Und zwar die Bar wurde eigentlich im Ersten Weltkrieg eigentlich als Walking Rifle eingesetzt. Das heißt ohne zwei Beine. Das war als, ja, so ein ganz frühes Konzept, was schon so ein bisschen dem Sturmgewehr gleicht war das. Und zwar sollte der Soldat, der eine Bar hatte, diese Bar eigentlich auf Hüfthöhe halten. Und damit auf den Schützengraben zugehen. Und dann halt immer so kurze Feuerstöße abgeben. Dazu gab es auch ein relativ interessantes... Ruckelt das? Ne, das Gras... Ne, das Gras ruckelt alleine vor sich hin. Der Rest des Spiels ist flüssig. Und zwar gab es zu der Bar, also der Urbar, gab es halt so ein spezielles, heute würde man sagen Rig, früher hat man einfach gesagt Koppel, mit Magazin und so einer komischen Blechbüchse oder ich glaube es war sogar, war es Plastik? Ich weiß jetzt nicht, ob es Plastik oder Blech war. So eine Büchse an der rechten Seite, am Gürtel sozusagen, des Schützen. Da konnte man dann die Schulterstütze des Bars reintun und dann wurde der Rückstoß von der Bar halt in die Hüfte des Soldaten abgegeben. Und damit sollte der dann auf den Schützengraben zurennen und damit so Maschinengewehre und sowas niederhalten. Und im Graben angekommen, sollte er es dann als ganz normales Gewehr benutzen. Das hat sich so nicht durchgesetzt. Die Bar war allerdings relativ gut und deswegen hat man die Bar später dann als leichtes Maschinengewehr, als Bar A2, im Zweiten Weltkrieg an die Truppe abgegeben. Die hat dann einfach so ein Zweibein vorne gekriegt. War als leichtes MG, also als LMG allerdings nicht so ganz so gut, weil 20 Schuss, deswegen hat 20 Schuss Magazin, sind ein bisschen wenig. Obwohl, da ist auch die alte Zweit-Weltkrieg-School der Amerikaner drin, also wieder 30-03 oder wie der Amerikaner sagt, 30-06. So, gucken wir mal, Dauerfallstabilität. Oh, die Feuergeschwindigkeit ist diesmal niedrig und zwar muss man dazu sagen, bei der Bar konnte man die Feuergeschwindigkeit am Gassystem einstellen. Das heißt, man hat einmal niedrige Feuergeschwindigkeit, einmal hohe Feuergeschwindigkeit. Das stellen allerdings die meisten Spiele nicht richtig dar oder stellen das eigentlich gar nicht dar. Kleiner Funfact am Rande, das allererste Call of Duty, also Call of Duty 1 hatte das richtig dargestellt. Tauschen wir das mal ganz ziehen aus. So, laden das Ganze durch. Oh, ich weiß gerade nicht, ob das so korrekt war, denn ich glaube, der Ladehebel, den ihr hier auf der linken Seite seht, ich weiß nicht genau, ob der Feder gelagert ist, denn normalerweise zieht man den nach hinten, zieht damit den Verschluss nach hinten, der Verschluss der Bar bleibt hinten, weil die Bar eine zuschießende Waffe ist. Das heißt, jedes Mal, wenn man schießt, knallt der Verschluss erst nach vorne, feuert dann und geht dann wieder nach hinten und dann den Abzug loslässt, bleibt er da. Und ich glaube, der Ladehebel ist nicht federgelagert. Das heißt, der Ladehebel muss nach hinten gezogen und wieder nach vorne gedrückt werden per Hand. Kann auch sein, dass ich mich da vertausche oder dass das bei beiden Bars anders ist. So, was sei noch zu sagen? Mal gucken. Man kann hier super Einzelschüsse abgeben, aber das Visier ist ein bisschen klein für ein LMG. Aber das gefällt mir schon gut. Das kann man auch aus dem Stehen relativ gut benutzen. Das wird man einfach wahrscheinlich als Sturmgewehr benutzen können. So, wie? Genau, das Bar hat so ein absurd großes Leitervisier. Das wird nämlich bei der ersten Stufe ausgeklappt und dann kann man das bis 1,5 Kilometer weit ausfahren und damit dann Ziele ganz weit hinten bekämpfen. Das ist so ein Visier, das ist aus heutiger Sicht natürlich mega übertrieben. Aber das... Oh, das blockt mega das periphere Sichtfeld. Ich glaube nicht, dass es jemand benutzt, denn hier diese Visierung, die nach oben offen ist, ist schon besser. Aber guck mal, was passiert, wenn ich X drücke. Ja, jetzt habe ich die hohe Vollgeschwindigkeit. Das haben die super dargestellt. Top-Erweiterung auf jeden Fall. Also, sehr gut gemacht. Letztlich aber unglaublich gut kontrollieren, trotz der hohen Vollgeschwindigkeit. So, laden wir nochmal nach. Mal gucken, Einzelschuss müssten wir nicht haben, oder? Ah, okay, so ist das dargestellt. Also, langsame Vollgeschwindigkeit, hohe Vollgeschwindigkeit. Ich glaube, die Bar A2 hat auch kein Einzelfeuer, aber ich kann das Zweibein nicht wegklappen, oder? C? Doch, kann ich. Ja, das Zweibein ist mit so Schrauben geregelt. Das war auch in echt mega doof. Okay, jetzt scheint die Dauferstabilität noch ein Tick besser zu sein. Echtes Krypto-Sturmgewehr, ganz ehrlich. Okay, erste Zwei-Schüsse sind relativ gut. Ich kann mir wirklich denken, dass die Bar wirklich eine Top-Waffe im Spiel werden könnte, aber... Zeit, sie mal aufzusetzen. Ja, es dauert natürlich mega lange. Das war mega kacke damals hier mit diesen Schrauben. So, jetzt hätte es... Ah ja, jetzt aufgesetzt. Ja, kann man... Richtig gutes Universal-Ding. Okay, es ist ein bisschen an die Fehler animiert. So, machen wir mal schnell. Top-Teil. Ich glaube nicht, dass das Browning 1919 dann noch gegen anstehen kann, aber kurzer Schnitt. Schlacht. Das ist ein bisschen anstehen.